aber willkommen zu unserem nächsten let's play minecraft bedrock mit lukas ja moin und wir starten erstmal im regnerischen dorf wie auch immer hier fehlt noch erde und ich spiele mit lukas freut sich so sehr dass er den autobahn hat nee wo ist mein schwert ich muss weg ich habe kein schwert mehr wo bist du irgendwo hier unten ich habe einen hier ist ja ja ich versuche mal in die höhle zu kommen doch ein creeper achten von oben ich wollte nur wartet dann komplett und lukas nein egal kommt einfach ins bett geht nicht warum sind überall monste ja ich tue mir grad vernichten kommt einfach lukas ich schlage es weg lukas zu bauen zu bauen ich bin zu los ich sterbe auch weil monsternähe das haben wir noch killen ja und ich habe kein essen ich auch nicht zombies da und das können wir schlafen ja gut und dachte ich mir gerade mal ein neues schwert weil meins ist kaputt ich kann nur ein paar ja ich brauche ein neues schwert ich hatte gar keins warum warum auch immer du hast mir doch mal eins gegeben ich bin so doof das hast du gesagt ich habe mir aus versehen eine spitzacke gecraftet anstatt von wert weil es gelebt hat online rate mal wer das gerade auch machen wollte und wen du davon bewahrt hast jetzt kann ich ein bisschen von mehl verwenden um das weizen hochzuzüchten ich glaube das ist ein bug was sind aus zwei weizen keinen einzigen sieht bekommen das sollte nicht passieren aber ich habe gesagt sieht sind sehr selten in der bedrock version und du hast du ja aber aus weizen doch nicht ausweich weil sie nicht mit einer ich gehe ein bisschen glasfarben für die base ja also er hat dann sagt boden zu hast du wenn du essen holen willst kannst du auch nur angenehm ich habe eine höchste ich aus ja fix du mag die creeper löcher diesen nervig das klingt jetzt doof aber wir haben zu wenig erde jetzt haben wir noch erde und müssen noch er sein ja gut warum denn das ingame aus ja klar ja doch auto job aus ich habe keinen bock mehr und müssen auch irgendwann anfangen unsere unterirdische base zu bauen unser reich ich baue hier oben ja gerade genau und ich helfe dir zu verschönern komm koppel zu haben habe ich ja nein es klappt nur im creative mode so und steht also es gibt ja diesen trick man kann linke maus hast du ungefähr gleichzeitig drücken und dann wird es abgebaut und sofort wir hingesetzt klappt ja nur im creative nein geht auch hier geht auch hin zur das timing ist viel schlimmer hast du irgendwo kupfer ja das habe ich auch nicht mehr inventar ich weiß nicht dann hast du das kannst du unten in der mine kupfer fahren ach so das kann ich mal in der zeit völlig hier wieder ein paar wollen ich muss nur mal diesen zogen an die insel baumlosen 7 7 das kannst du nicht hochladen doch das kann ich hochladen kann nicht hochladen ja ja denke an deine kleinen zuschauer wer ist ben oder wie wie meine flüster achte ich heute auch zu ich habe mit der die erste folge zusammengeguckt und ich hatte es geil geil einfach hier ist ein baby ertrunken mit einer nautilus muschel wenn du den killst kriegst du die gut ich will den nicht kill ich baue den ein ich baue den ein ich hatte die spawnen oh man er ist abgehauen dafür stirbt er dafür stirbt er ich muss erst mal unsere mine suchen sein vater ist gerade gekommen ich bin jetzt einmal rumgegangen hat die mine nicht gefunden wir müssen hier wirklich aufräumen weil sonst findet man nichts wieder ja die ist hier unten am hang ich kann dich dahin führen wir müssen auch wirklich aufräumen hier hinten hier hinten ich sehe dich nicht vom eingang hoch wenn man den eingang hoch geht und dann links aber wir müssen insel wirklich mal so ziehen ein bisschen abholzen müssen schöner machen das kommt alles nur ich möchte auch die ganze zeit schon ab ich weiß du machst das ja dann links ok jetzt sind wie das sieht wo denn hier links ach so da okay oh ja jetzt viel kupfer ja baue so viel ab wie du kannst 36 36 kupfer 36 kupfer sind sind vier blocke ok wir brauchen sehr viel kupfer ja gibt es ja auch genug so muss mir ein bild auch mal anschauen hier vorne kommt so ein chinesisches so ein chinesisches eingangs links ok also ich glaube nicht dass es so in china aussieht aber ich stelle mir so vor okay dann nimm das ich brauche den weg runter zum steg steht muss noch ins tiefer ich glaube vor das haus da wo dieses chinesische dinge hin soll baue ich so ein klein platz und folge immer noch hoch diebslake bricks diebslake braucht recht lang abzubauen und stege ein bräuch slabs dafür brauche ich holz dafür müssen warte aus dem dienst kommt kein weizen scheiße ich habe zu früh ab geworden ich bin einfach doof hier vorne ist ein klein diebslake aber hier wird schön schmeckt schon darf ich ein paar hühner abschlachten ja klar das klingt jetzt doof aber dafür sind ja da ja es sind ja deine hühner deswegen ja egal ich züchte die extra hoch ich hab fünf eier gut ja wir müssen halt gucken dass wir genug hühner aber auch ein paar benutzen können ja ich lass immer einfach ein paar übrig ja ich lass zwei übrig ob das so vieles weiß ich nicht lieber vier oder so wir müssen wieder schlafen okay ich glaube ich räume im bett gleich auch mal hoch nee oder ich dachte schon ich dachte schon komm schlafen ja wir brauchen auch einen besseren weg zum bett ja ich lass die betten gleich einfach hoch verlegen das bleibt einfach die mine krass irgendwas schläfst in dem bett jetzt schlafe ich auch in dem bett oh nein ich wollte abbauen hab dich außerdem geschlagen warte ich nehme ein bett mit wenn ich platz in dem kack inventar halse du hast im bett sonnig ach so kein platz ja dann nehme ich eins mit schade sind die bett waren es dann so meinst du mal hier im platz das ist geschmolzen gut und deins kommt dahin so jetzt werden vier blöcke gecraftet das heißt ich kann nicht mehr annähernd das ganze ding machen kann sagen ob dieses bild ja dieser eingang aus holz oder aus diesen die schade teils oder die dinge welches welche welche eingang von der china eingang er hat das china tor kupfer und hobbes tript block das hat drei hoch so viel weiß ich noch ja gut so man scharf kill jane ja was sind ja das kommt man nicht so weit nach vorne ich bräuchte am besten ich baue hier den weg runter zum steg ok das geht einfacher soll der weg aus stein sein oder aus diesen wegblöcken also ich glaube wegblätten besser oder nicht doch ich mache das aus stein slabs weil dann komme ich da sehr schön runter mit dem geraden weg mach wie du meinst du bist ja der designer ne da kommt ein schicker micky weg muss auch design lernen aber ich hab schon so kann ich jetzt auch nicht bauen ne ne ich meine von wegen äh ich baue ja gerade eine treppe runter quasi so einen kleinen stock weg tiefer da meine ich ich muss halt gucken dass es von der treppe von grund ist grund ist sehr schön aussieht das könnte man glaube ich anders nahmen das könnte man so eine kleine wendeltreppe runter ja meinst du hast hier perfekt in diese öffnungen rein ne das wird glaube ich gut also hier ist quasi so ein dreimal drei loch runter lukas wie war das noch mit deiner schwester guckt das video das passt perfekt in die öffnung ja 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 hoffentlich sicher sie ist in der tonspur das muss raus das muss definitiv raus ja das war ein sehr kritischer witz ja du kannst du mir so jetzt kann man hier den raum jedenfalls ein bisschen aufmachen hast du aber recht wenn wir treppen sind ja kompakter aber wenn du es schön hinkriegst dann machen wir lieber wendeltreppe ja dann wird schon hoffe ich mal ach du hast sie so gebaut dann kommt man hier runter ok das ist smooth ja dann fahre mich noch ein bisschen holz und dann hole ich jetzt hier ein crafting table hin ja komm dir hin ein crafting table ist gebaut ruhes hammer vielleicht immer raus oh gott was ist das denn jetzt geil komm mal hier rein lukas hier ist was gespawnt ne genau im gefängnis es ist so geil du wirst es nicht glauben nein lukas doch braucht man die nicht kann man die nicht zählen lukas keiner mag wandering traders warum nicht weil die kacke sind aber dafür habe ich jetzt ne leine wow aber von denen hätten wir noch irgendeinen quatsch bekommen wir haben aber keine emeralds ja die hätten wir auch noch irgendwie bekommen wie heißt nochmal dieses spiel hau den lukas komm her dann hau ich dich ne spaß aber trotzdem ist doof ja genau nein wie war es nochmal kein tod bis folge 10 willst du kämpfen ja ja frieden ok wir sind noch bei folge 4 lukas ne folge 10 dauert noch ja deswegen naja ach so komm einfach nochmal oh blöcke hin ich hab grad essen geholt ok gut ah die bedroom eigentlich automatisch updates immer ne äh guck mal ich mach hier so ein paar äh platz so ein bisschen den weg hier dran ah so ja ja so hier oh noch diese eine block aber ein steg geht ja auch aufs wasser ja aber momentan noch bedrock können wir irgendwie so bauen warum auch immer hä ach das ist aber scheiße da kann man unter wasser platz ziehen oh ne ich machs ohne ich machs mit snicken einfach weil es einfacher ist wieso hab ich denn 51 eichenstufen hast du auf alles craften gedrückt ich wollte das ja aber ich wusste gar nicht dass so viel ist meinst du so reicht schon wegen den fischen ja ne ja gut ich geh mal hier runter kannst du mir den rücken von johns frei halten warte hier lass hier so so was wolltest du machen aber dann ist das doch mit den zäunen sie das auch noch gut aus oder nicht ach hilfe 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 ah ja ich merk's doch mit den zäunen sie das auch noch gut aus denke ich mal oh 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 will nicht noch mal sterben ja lukas danke oh noch einer hey wieso sind die denn so viele die mann habe ich ein fisch wo ist der hin der fisch ich pro esse oh lukas oh 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 ich ertrinke oh 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 ich weiß auch hey und wo ist mein fisch ach hier lecker jetzt ich muss nochmal fischen ja 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 aber fischen ist ganz einfach das ist eigentlich die beste nahrungsquelle oder ja man muss halt eine angel haben nicht mal mit schwert macht doch was ja aber mit der angel kannst du auch schätze angeln da können wir alles kauf haben aufmachen nicht in der bedruck nein er ist bedrock immer noch ja ich musste nur gerade ich bin nur noch komme wie wir immer noch kein dach haben und nicht mal die wände ich kann gleich ein bisschen die plate fahren wenn du willst und dabei auch alles okay aber ich muss erst mal unser bett suchen du kannst wir müssen insel wirklich mal ein bisschen strukturieren ich finde nix ja ich weiß auch nicht wie den weg nicht finden konnte du kannst gleich mal in der aufnahme gucken wo ich hergegangen bin dann kannst du ja noch mal sagen warum gleich ja nee morgen kommt par 3 kompatier wahrscheinlich montag oder so oder waren binge watching morgen zwei parts könnte man auch so leute das war es dann auch mit dieser folge in der nächste folge immer in die höhle müssen die plate fahren und auch wenn es klappt genau du wirst nach und da würde ich sagen dass ein video tschau 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 tschau